so eine pistole ist ein bisschen weit was war das scheiße so 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 Oh, ne Zweierweste. Ich hab halt nur ne Schrotwinde, keine Weste. Oh shit, man. Ach, scheiße. Ich hasse es, auf die Container zu springen. Ich bin oben. Nichts. Ach, du machst es so. Ja, geht gut. Sneaky Pete hier. Und hier liegt nichts. Schüsse. Wo, wo, wo? Auf Tobi, auf Tobi. An dem... Oh shit, shit, shit. Komme, komme, ich komme. Wir sind unterwegs, wir sind unterwegs. Wir müssen decken, ich muss mich kurz halten. Ja, wo ungefähr? Wir kommen jetzt gerade von der Südseite. Sag uns, wo der ungefähr ist. Die sind zwischen den einzelnen Containern, die müssen direkt bei euch sein. Welche Seite von dir aus? Boah, ich finde es... Die pushen auf euch, die pushen auf euch. Die pushen auf euch, östlich, östlich, östlich. Danke. Ese. Boah, ich hab's gerade gar nicht gesehen. Einer down, einer down. Einer tot. Der andere ist noch drin, der ist in dem kleinen Häuschen, in dem Turm hier ist er drin. Ah ja. Hab ihn. Tot. Alles klar. Mein Will. Zone da in 10 Sekunden maximal, ich sehe sicher. Ja, liegt was. Super, danke. Durchladen noch und dann reinsteigen. Los. Ähm, ja jetzt erstmal nach Süden hin. Genau, ja. Fahr die Straße lang, ja. Genau, fahr die Straße jetzt direkt nicht Richtung Osten. Genau, die. Fahr so weiter, fahr so weiter. Jetzt muss man durch die Stadt durch, aber ich gehe nicht davon aus, dass da noch jemand steht, aber aufpassen wir es mal trotzdem. Da vorne steht nur ein Auto. Da laufen wir hier. Da steht auch ein Auto. Boah, du verrückter. Trotzdem nicht schlecht. Nee, wir lassen uns nicht auf den Kampf eingehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir sind, wenn die kommen, dann beziehen wir sie noch weg. Ich hab einen Kill gemacht. Ja, das war super, das war super. Ich hab nur mit Angst gehabt, dass du das Auto flippst. Ja, ich auch ein bisschen. Wir haben noch genug Rezillen, um in die Zone zu kommen. Erst mal heilen, wenn wir da sind. Wenn wir es von hier ausprobieren, also direkt von der Nordseite, südlich von Livpovka rein zu kommen. Ja, würde ich machen. Okay, dann fahren wir also dahin, wo ich markiert habe. Wird jemand noch ein Benzinkanister? Oh, shit. Nee, scheiße, so weit kommen wir gar nicht. Okay, wir fahren so weit, wie es geht, und zwar jetzt. Los geht's. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch ein Auto. Da standen einige, werden vielleicht doch wechseln sollen. Aber wir würden sehen, die Reifen nicht kaputt. Oh, ich hab gedacht, ich dachte gerade zu waschig. Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Los. Okay, genau, hier jetzt ein bisschen rechts. Stopp. Wir fahren ein bisschen vor zu den Shacks, dass wir ein bisschen Deckung haben wenigstens. Da, wo die Shack ist, rechts. Genau. Und dann sehe ich niemand. Genau, stopp. Lichter brennen nicht. Die Zone kommt jetzt. Lipovka ein bisschen im Auge halten. Hinter uns kommt keiner. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass die auf dem Motorrad, die können noch kommen, und die, wo wir einen überfahren haben. Ja. Und zwar aus der Richtung, ja, gute Idee. Aus der gleichen Richtung, ja. Die überfahrenen waren ganz hier hinten, ne? Ja. Achtung, ich höre was. Ja, Auto von Westen, circa. Ja, fährt an uns vorbei. Ja, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, der ist jetzt gleich auf der Straße zu weit. Nicht angreifen, nicht angreifen. Okay. Mit dem Pheroscope hätte ich sie vielleicht. Ja, aber was bringt ein Treffer? Da sind mehrere Spieler drin, die fahren Richtung. Boah, guck mal, wie geil die Zone für uns ist. Ich würde uns die Küste sichern. Ja, gehen wir. Und Achtung auf Sniper vom Kraftwerk. Ja, ich guck mal nach hinten. Naja. Was hat ein Feld für eine Größe? Ähm, 100 Meter. Ein kleines. Der hat rausgelaufen, die sind rausgelaufen. In welchen? Alle drei. Oh ja, ja, dann gehen sie weiter, weiter nach Osten. Drei Stück. 25 Spieler. Absperr. Also kommt, ihr könnt ein bisschen, ich bin schon vorne, ihr könnt ein bisschen nach vorne pushen. Die laufen Richtung Milter. Ganz ruhig jetzt. Habt ihr die Schüsse nicht gehört? Doch, hab ich gehört. Aber die sind weit weg und ich würde die Position jetzt gerade nicht aufgeben, oder? Ja, die ist zu gut. Nur nicht von hinten irgendwie erwischen lassen. Ich denke, der Hauptteil wird auch von Süden kommen, oder zumindest von Osten. Also von der ganzen Insel halt. Unsere Seite nicht mehr. Das heißt, hoffen wir, dass sich möglichst viele gegenseitig killen. Und dann... Das Ding landet direkt östlich. Das Carepack ist direkt östlich auf dem Berg hinter dem Kraftwerk. Ja, das bringt nichts. Das lassen wir mal, ja. So, nächste. Okay, die Zone. Wir müssen ran. Oh, shit. Wir arbeiten uns an der Küste lang Richtung Osten. Ist mein Vorschlag. Okay. Wir haben das Offene geschafft. Seid ihr da? Seid ihr da? Ja, seid ihr. Okay. Ohne und Augen auf. Jetzt wird es ernst. Vorsichtig jetzt hier an der Kuppel. Lauf schon. Ich sehe das Carepackage. Das Carepackage direkt südöstlich von uns. An der Küste direkt. Das holt sich keiner. Doch, wir. Du bist da übelst offen. Wir arbeiten uns hier an der Küste weiter. Seid ihr hinter mir? Ja, top. Es ist eine richtig geile Position, finde ich. Das darf uns nur niemand erwischen, ja. Die Zone kommt von hinten. Holst die einfach und wir laufen dann rein. Ich deck dich. Da ist aber ein Zaun. Wir müssen eher rein. Ist gelootet, ist gelootet. Okay, dann sind die wahrscheinlich unten. Aber wir müssen jetzt. Die Zone kommt. Wer sieht Deckung, die wir verwenden können? Die Bäume hier? Bäume. Das klappt nicht. Wir sind nicht in der Zone. Die Bäume sind nicht in der Zone. Ja, nicht stehen bleiben. Aber mal beim Runterlaufen wenigstens. Ja. Dann das Ding hier natürlich vor uns. Wir haben nichts anderes. Ja. Okay, ich bin in der Zone. Ich gehe rechts rum. Soll ich schießen oder nicht? Wenn ihr wollt. Wir sind viel zu weit weg. Schieß mit der SKS, wenn du kannst. Zweimal getroffen. Tobi, ich pushe einen Container. Einer ist ausgenockt. Sehr gut, sehr gut. 17 Spieler. Ich bin rechts von dir. Nicht erschrecken. Ja. 11 Spieler. 4 davon sind wir. Ich habe den Typ verloren. Augen auf, Tobi. Augen auf. Richtung 150 war noch ein Zweiter. Ja, wir treffen uns jetzt. Wir treffen uns jetzt, Leute. Okay? Bei den grauen Häusern hier. Wir sind hinter dir. Okay. Ja, super. Leute, Leute, passt auf. Die sind direkt südöstlich. Ja. Ja. Hinter den Bäumen irgendwo. Ich sehe ihn. Keine Deckung. Fuck, 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 fuck. Ausgenockt. Einer am Baum ist ausgenockt. Okay. Da, wo die Rauchkanade gezogen ist, oder? Nee, Richtung Südauber. Schüsse von Westen und... Wir brauchen das graue Haus da als Deckung. Ausgenockt, ausgenockt. In dem grauen Haus wird beschossen. In dem grauen Haus. Die sind 100 Meter südlich. 100 Meter südlich. Ich bin down. Komm ins Haus rein, dann hol ich dich. Kommt ins Haus rein, dann hol ich dich. Der hat einen in der AWM. Okay. Tobi, was ist mit dir? Tobi, was ist mit dir? Ich bin super low. Nein, dann. Ja. Ich hab was gedroppt. Wo? Wo uns? Der kommt ans Haus, rechts von dir. Hab ihn. Ich komme. Tut mir echt leid, aber... Benni, ich bin noch am Start. Schön. Wo sind die? Ich leb im Mono. Ich nehm's First Aid Kit. Zwei leben noch. Direkt vor uns. Ja, ich seh sie. Direkt vor dir. Ja, ich seh sie. An dem Haus. Der macht dich tot jetzt, wenn du dich hochkiss. Ich bin. Hab ihn. Saubere Aktion. Einer lebt noch. Einer noch, Leute. Wir haben's gleich gewonnen, oder? Zwei. Zone. Zone. Zwei noch. Zwei gegen einen, Benni. Bin ich der Letzte, oder was? Ja. Oh, Leute. Das können die mir doch nicht antun. Ich wurde mit der AWM gesnackt. Ich auch. Hat jemand... Okay, jetzt helft mir. Halte die Augen auf. Ich hoffe, ich kann mein First Aid Kit durchziehen. Okay, das ist vor mir direkt. Das ist nur die Ruhe, nur die Ruhe. Das ist vor mir. Rechts ist niemand. Die sind definitiv über den Hügel hier. Aber ich bin im kleinen Zirkel. Die müssen eigentlich kommen, wahrscheinlich. Ich bleib einfach hier. Ich bleib einfach hier. Ich denke, die haben noch Zeit. Rechts. Rechts. Hinter mir, der hat mich super geholt. Egal. 10 Rang 2. Trotzdem. So, leider viel zu spät eingeschaltet. Aber nur noch sechs Spieler in dieser Solo-Runde. Das sieht gut aus für mich aktuell. Ich bin gut ausgerüstet. Habe hier eine Scar mit Erweiterung. Ich habe eine Car dabei. Jetzt muss ich das hier nur noch irgendwie überleben. Na, komm schon. Oh Mann, vielleicht kippt mich die Zone gleich wieder. Ah, okay. Von einem Haus werden welche sein. Vielleicht auch hier in der Shack. Ich verstecke mich da dazwischen am besten. Okay. Red Kid. Ein Stückchen. Puh. Mal gucken. Charlie habe ich auch dabei. Links oben kann da noch jemand sein. Ich sehe überhaupt niemand. Das gibt es doch nicht. Die campen alle genau wie ich. Aber der nächste Circle ist übrigens perfekt für mich. Muss mich eigentlich fast gar nicht bewegen. Oder muss mich gar nicht bewegen. Fahren wir nochmal alle Medis rein. Voll geboostet jetzt. Der Schüsse. Ist ja irgendwo hier oben. Oh, bitte schieß mich nicht von rechts. Bitte schieß mich nicht von rechts. Oh, wo sind die denn denn? Gibt es doch nicht. Da ist einer gleich über den Hügel hier. Ja, da vorne. Und Tschüss. Puh. Oh, noch vier, noch vier. Drei außer mir. Warum ist an dem Haus niemand? Ich verstehe das nicht. Niemand beschießt mich. Okay. Schüsse. Und einer ist dahin gegangen. Noch zwei. Das war irgendwo links vom Haus. Darf ich sagen. Ah, da kommt er. Oh, der andere ist doch im Haus. Okay, die sind beide da vorne drin. Perfekt. Perfekt. Da, 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 da. Komm schon. Komm. Ah, dammit. Eine andere ist oben. Okay, einer ist down. Letzter Spieler. Letzter Spieler. Das ist oben drin. Ja, komm jetzt. Ach, komm schon. Gott, meine Hände zittern. Zeig dich. Ach, scheiße, die Zone. Lauf, lauf, lauf. Ach Gott, ich glaube, das war's. Das war's. Wieso, wieso, wieso. Aber du musst auch rauskommen. Du musst raus. Ah, da ist er. Yeah, getroffen. Komm schon. Und komm, mach's, mach's, mach's. Wo ist er, wo ist er? Gott. Da, da, da. Komm, 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 komm. Yes. Yes. Fuck.